Christa Krämer liest Guardini. In dieser österlichen Bußzeit 2023 will ich mit Ihnen den Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes beten. Die Texte der Meditation und Gebete stammen von Romano Guardini. Sie sind der ersten Auflage seines Büchleins Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes, welches im Jahr 1919 erschienen ist, entnommen. Der letzte unveränderte Nachdruck erfolgte 2010 bei Topos Taschenbücher und ist nach wie vor im Buchhandel erhältlich. Das ist auch gut so, denn ich meine, dass Guardinis Texte an Aussagekraft und Schönheit des Wortes für diesen für alle Gläubigen wichtigen Weg bis heute nichts verloren haben. Wir können uns noch immer darin wiederfinden, auch wenn die Grammatik uns mitunter fremd erscheint und manche Formulierung heute anders gewählt würde. Die Einleitungen zu den Stationen sowie die Lesungen sind dem Gotteslob entnommen. Wir beginnen den Kreuzweg im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit Jesus Christus sind wir auf dem Weg. Mit Jesus Christus gehen wir den Kreuzweg. Herr, du hast gesagt, wer mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich will jetzt deinen Spuren nachgehen und dir im Geist auf deinem Leidensweg folgen. So lass vor meiner Seele lebendig werden, was du für mich gelitten hast. Du meine Augen auf, rühre mein Herz an, dass ich sehe und tief inne werde, wie groß deine Liebe zu mir ist, dass ich mich mit ganzer Seele zu dir wende, mein Erlöser, und von der Sünde lasse, die dir so bittere Schmerzen gebracht hat. Was ich gesündigt, Herr, reut mich von Herzen. Ich will neu beginnen, mit allem Ernst mich aufmachen und dir folgen. Hilf mir dazu. Hilf mir auch, mein Kreuz mit dir zu tragen. Dein Schmerzensweg ist die Schule alles Leidens, aller Geduld und Überwindung. Lass mich meine eigene Not darin erkennen. Lehre mich verstehen, was er zu mir spricht, was gerade ich tun soll, gerade jetzt. Und dann lass diese Einsicht stark und fruchtbar werden, damit ich auch nach ihr handle. Amen. Erste Station Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 19, Verse 14 bis 16 Es war am Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, da ist euer König. Sie aber schrien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Jesus steht vor Gericht. Die ihn anklagen, sind Lügner. Der Richter ist ein charakterloser Mann. Das Verfahren spricht allem Recht hohen. Von diesem Gericht wird der Herr eines schweren Verbrechens schuldig erklärt. Die Strafe ist schmachvoll und schrecklich zugleich. Und Jesus weiß, wie lauter er es stets gemeint hat. Wie er das Volk geliebt und sich für sein Heil verzehrt hat. Da muss die furchtbare Ungerechtigkeit und Leichtfertigkeit dieses Urteils das Herz des Herrn durchbeben bis in den Grund. Wie würde sich mein Gerechtigkeitsgefühl auflehnen, wenn mir jemand eine ungebührende Strafe auferlegen wollte? Wie wehre ich mich gegen ein Unglück, wenn ich meine, ich hätte es nicht verdient? Und weiß doch, wie viel ich bereits verschuldet habe. Wie muss da die elende Gerichtskomödie den Herrn treffen bis ins Mark? Er aber schweigt, nimmt das Urteil an aus freiem Willen, weil der heiligste Wille des Vaters darin liegt, weil es unser Heil gilt. Aber alles, was nun folgt, ist ganz eingetaucht in die herbe Bitterkeit, ungerecht, unverdient zu sein. Herr, du bist vorausgegangen und hast mir den Weg gebahnt. Nun lehre mich, dir nachzufolgen, wenn meine Stunde kommt. Muss ich Befehl oder Tadel in hartem Ton hören, so zeige mir, was darin berechtigt ist, und lehre mich, das Ungerechte darüber zu vergessen. Wenn eine Pflicht mir unerträglich scheint, dann will ich den Willen des Vaters in ihr erkennen und gehorchen. Kommen leiden, und ich meine, sie seien nicht verdient, so lehre du mein Herz, sich in den Willen meines Vaters zu fügen, wie du getan. Und trifft mich offene Ungerechtigkeit, so soll deine Gnade mir helfen, auch einmal ganz zu schweigen und meine Rechtfertigung dem Vater zu überlassen. Zweite Station Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 53, Verse 4 und 5 Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Urteil ist gesprochen. Jesus hat es schweigend angenommen. Nun bringen sie das Kreuz. Der Verurteilte soll es selbst zur Richtstätte tragen. Der Herr nimmt das Leidensholz auf. Er lässt sich's nicht stumpf aufladen, sondern greift entschlossen an. Da ist keine unklare Schwärmerei. Was nun kommen wird, steht hart und scharf in all seinen Schrecken vor Jesus' Seele. Er täuscht sich über nichts. Was ihn treibt, ist auch kein Mut der Verzweiflung. Der Herr ist ganz frei, ohne alle Furcht. Den Auftrag des Vaters sieht er im Kreuz. Unser Heil. Das will er mit aller Kraft seines Herzens. So ist seine Seele klar und gefasst. Er geht dem Kreuz entgegen und greift es entschlossen an. Herr, ein anderes ist's, in guter Stunde zu sprechen, ich bin bereit zu allem, was Gott will, und ein anderes, auch wirklich bereit zu sein, wenn das Kreuz kommt. Da ist das Herz oft schlaff und furchtsam und alle gute Bereitschaft vergessen. So hilf mir, fest zu stehen, wenn es gilt. Vielleicht ist das Kreuz schon da oder ganz nahe. Es mag kommen, wann immer. Ich will bereit sein. Mach mich stark und großmütig, dass ich nicht jammere und mich vor dem, was nun einmal sein muss, nicht sträube. Ich will es tapfer ins Auge fassen und den Ruf des Vaters darin erkennen. Gib mir das feste Vertrauen, dass auch dieses Leid zu meinem Besten diene und stärke mich, dass ich es entschlossen aufnehme. Ist das gelungen, dann ist von seiner Bitterkeit bereits viel überwunden. Dritte Station Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 53, Verses 6b und 7 Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Er hat die ganze Nacht den Schlaf entbehrt und seit gestern Abend nichts genossen. Von einer Behörde zur anderen haben sie ihn geschleppt. Die Schmerzen und der Blutverlust haben ihn geschwächt. All die Gemeinheit der Menschen hat ihn gequält. Der Herr ist furchtbar müde. Das Kreuz ist zu schwer für ihn. Die Last geht über seine Kräfte. Er trägt sie mit zitternden Knien eine Strecke weit. Dann strauchelt er an einem Stein oder im Gedränge stößt ihn jemand wieder in. Und er fällt. Wie roh sind die Menschen in solchen Augenblicken. Gelächter, Schimpfworte, Schläge hageln auf den Liegenden nieder. Sobald Jesus kann, rafft er sich auf, hebt mühsam das Kreuz auf die wunden Schultern und geht weiter. Herr, das Kreuz ist zu schwer für dich und doch trägst du es, weil der Vater es will für uns. Seine Last geht über deine Kräfte und doch wirfst du es nicht weg. Du fällst und raffst dich wieder auf und trägst weiter. Lehre mich begreifen, dass jedes wirkliche Leid irgendwann, irgendwie, einmal den Schultern zu schwer erscheinen muss. Denn nicht für das Leid, sondern für das Glück sind wir erschaffen. Jedes Kreuz scheint einmal über die Kraft zu gehen. Immer kommt einmal das müde, angstvolle Wort ich kann nicht mehr. Herr, durch die Kraft deiner Geduld und Liebe hilf mir in solcher Stunde, dass ich nicht verzage. Du weißt, wie schwer ein Kreuz drücken kann. Du verdenkst es uns nicht, wenn wir erlahmen und hilfst uns, wieder aufzustehen. Erneuere mich in der Geduld, gieße mir deine Kraft in die Seele. Dann richtet sie sich wieder empor und nimmt ihre Last auf und geht weiter. Vierte Station Jesus begegnet seiner Mutter Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 19 Verse 25 bis 27a Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. An einer Straßenkreuzung wird sie gewartet haben und tritt nun an den Zug heran. Sie sprechen nichts, die Mutter und ihr Sohn. Was sollten sie auch sagen? Sie sind miteinander ganz allein, allein in der Welt, trotz des Wüstengedränges ringsum. Aug in Auge, Herz in Herzen. Was da durch ihre Seelen geht an Liebe und Leid, was von Auge zu Auge geht, das weiß nur Gott allein. Willst du einen Augenblick bedenken, wie ihre Seele war? Ganz stark, ganz zart und tief, lauter Liebe. Und wenn es sein könnte, dass Mütter in der Stumpfheit und Oberflächlichkeit des Menschenherzens einen Schutz hätten gegen Herzeleid, sie, die Auserkorene unter allen, die Gottes nahe, hat ihn nicht gehabt. Ihr ging's bis auf den tiefsten Grund. Das war ein langer, kurzer Augenblick. Dann spricht der Blick des Herrn, Mutter, es muss sein, der Vater will es. Ja, Kind, der Vater will es. Und du, so soll's denn geschehen. O Herr, lieber Herr, dass ich schuld bin an dieser Bitterkeit. Für mich bist du von der Mutter gegangen. Herr, das Opfer soll an mir nicht verloren sein. Lass es in mir wachsen, wenn Gott mich ruft und das Herz sich durch Menschen gebunden fühlt. Leer mich Menschenfurcht überwinden, wenn sie mich hindern will, dich zu bekennen. Leer mich Menschenrücksicht abschütteln, wenn sie mich von der Pflicht abhalten will. Leer mich selbst stärker sein als Menschenliebe, und wäre sie noch so groß und noch so rein, sobald ich in Gefahr bin, ihretwegen dir untreu zu werden. Aber, Herr, lehr es mich tun, so wie du getan, in Liebe, nicht schroff, nicht rücksichtslos, sondern schonend und zart. Und ich bin gewiss, wenn ich der Liebe wehtun muss um deinet Willen, so wird sie erstarken in dir. Und was sie verlieren muss für dich, das wird sie tausendfach in dir gewinnen. Fünfte Station, Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas Kapitel 23 Vers 26 Als sie Jesus hinaus führten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus her trage. Für einen kurzen Augenblick hindurch hat den Herrn die Heimat umfangen, die Mutterliebe. Nun muss er wieder hinaus. Doppelt bitter fühlt er all die Rohheit um sich her, doppelt schwer lastet das Kreuz. Er ist einsam. Die ihn lieb haben, sind machtlos, die helfen könnten, wollen nicht. Wie die Soldaten der Wache sehen, dass seine Kräfte versagen, greifen sie einen Bauern auf, der vom Feld heimkommt, Simon mit Namen. Er soll tragen helfen. Der aber will nicht. Er ist müde, ist hungrig, will heim, essen und ruhen. Was soll er sich für den Aufrührer da plagen? Er wehrt sich, sie müssen ihn zwingen. So fasst er an, zornig, empört. Was wird das für eine Hilfe werden? Ganz einsam ist Jesus, ganz, ganz allein in seiner schrecklichen Not. Nur der Vater ist bei ihm. Herr, so vielen hast du geholfen. Nun haben dich alle verlassen und du hast aus für mich, um mir Weg und Stärke zu sein. So will ich auch an Simon von Zirene denken, wenn ich auch einmal im Leiden allein stehe. Wie oft sieht ein Bedrängter sich verlassen? Allein im Schmerz und keiner hilft. Allein im Seelenleid und die anderen verstehen es nicht. Und kommt er mit seiner Not zu ihnen, dann sagt ihr Gesicht, wie unbequem er ist. Minen und Worte sprechen, was geht uns das an? Herr, in solchen Stunden steh du mir bei. Hilf, dass ich mich mit dem Alleinsein abfinde und nicht verzage. Ja, schon von selbst darf ich nicht gleich zu anderen laufen, muss lernen, freiwillig allein mit dir zusammen standzuhalten. Und tritt mir es einmal klar vor die Seele, dass im Grunde jeder mit seiner Not allein ist und selber mit ihr fertig werden muss, dass im Letzten kein Mensch dem anderen helfen kann, dann lass mich fühlen, dass du neben mir bist. Lass mich wissen, dass du treu bist, mich nicht verlässt. Sechste Station Veronika reicht Jesus ihr Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Buch Jesaja Kapitel 50 Vers 6 Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Der Herr ist ganz verlassen, ringsum nur Feindschaft, Grausamkeit, Herzensstumpfheit. Er ist erschöpft von Durst und Schmerz, zum Zusammenbrechen müht an Leib und Seele. Das Kreuz drückt furchtbar. Als müsse er ersticken, so ist ihm zumute und oft schwankt alles vor seinen Augen. Ein anderer würde ganz verzweifelt dahin gehen und hätte für nichts mehr Sinn. Und wie Veronika kommt und ihm ihr Tuch anbietet, da hätte er gar kein Auge für sie, würde blind und stumpf vorüber wanken. Jesus aber keucht unter der Last und doch so wach und zart ist sein Herz, dass er den armen Dienst der Frau zu empfinden vermag, dass er ihn zu würdigen vermag und göttlich dafür zu danken. Er trocknet sein Antlitz und wie er das Tuch zurückgibt, trägt es seine heiligen Züge. O Herr, wie ist dein Herz so stark und zart, du königliche Seele, adelig über allen Adel, frei vor allen, du allein frei unter uns Knechten des Lebens und des Leides. O mach auch mich frei, wenn ich im Leiden stehe und will blind und gleichgültig werden gegen die Menschen um mich her. Dann halte du mein Auge hell und mein Herz frei von der Selbstsucht, die gerade den Leidenden so leicht befällt. Hilf mir, nicht immer an mich selbst zu denken. Ich darf nicht anspruchsvoll werden, darf den anderen nicht zur Last fallen, darf ihnen ihre Freude nicht deshalb verderben, weil es mir schwer zumute ist. Jeden kleinen Dienst der Liebe lehre mich sehen, lehre mich ihn würdigen und dafür dankbar sein. Ja, ich muss lernen, selbst den anderen nützlich zu sein, denn dann bezwingt einer am leichtesten sein Leid, wenn er über sich selbst hinweg geht und anderen hilft. Lehre du mich, über sie nachzudenken und sie zu verstehen. Zeige mir, wie ich ihr Vertrauen gewinnen kann, wie ich ihnen ein gutes Wort sagen, sie trösten und aufrichten und ihnen helfen kann. Siebente Station Jesus fällt das zweite Mal unterm Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus Psalm 22 Verse 7 bis 9 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien, der reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Simon von Sirene hat schlecht geholfen. Schließlich wird er sich wohl ganz davon gemacht haben. Jesus ist wieder allein unter all dem erbarmungslosen Volk. Von seiner Mutter hat er weggehen müssen. Seine Jünger sind geflohen, die paar Getreuen sind machtlos in der großen Länge. Niemand hilft ihm in seiner Not. Das Kreuz lastet so schwer, aber noch schwerer liegt auf seiner Seele all die Undankbarkeit ringsum. Mit der lautesten Liebe hat er ihnen das Reich Gottes verkündet. So mancher ist vielleicht dabei, den er einst gesund gemacht oder in der Wüste gespeist hat, und nun toben sie wieder ihn, als wäre er ihr bitterster Feind. Das ist's, was ihn zum zweiten Mal zu Boden drückt. Aber ein großes Licht leuchtet in seiner Seele. Gerade durch das, was sie ihm antun, will er sie erlösen. So steht er zum zweiten Mal mühsam wieder auf und geht weiter. Herr, könnte ich begreifen, wie groß das ist für andere leiden. All deine Schmerzen haben eine verborgene Süße, weil du weißt, aus ihnen strömt Segen und Heil für uns. Kann ich nicht ebenso gesinnt sein? Kann ich nicht, was mich drückt, für andere tragen? Meine Sorgen, meine Mühen, meine Schmerzen, dem himmlischen Vater mit deinem Erlöserleiden vereint zum Opfer bringen? Für alle, die mir teuer sind, Gatten, Kinder, Eltern, Geschwister, für alle Not in der weiten Welt, für alles Große, Reine, Heilige, das in Gefahr ist, für die vielen, die irren und in Sünden sind und sich verloren haben. Könnte ich tief begreifen, dass dann mein Leiden für andere zum Segen wird, dass es Teil hat an der Kraft des Erlöserleidens? Gottes Gnade auf die anderen herabzieht und hilft, wo sonst nichts helfen kann? Ja, dann wäre das Leid wahrhaft bezwungen, dann wäre es überwunden in seiner tiefsten Wurzel und statt zu hadern, hätte ich mitten in der Not die Freude im Herzen, Gottes Gehilfe zu sein am Werk der Liebe und Erlösung. Herr, ich bitte dich aus ganzer Seele, lehre mich das Verstehen. Mach meine Seele weit und großmütig, dass sie diese unaussprechlich große Wahrheit begreife und gib ihr die Liebe, sie auch ins Werk zu setzen. Achte Station Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 23, Verses 27 bis 28 Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Auch dies offenbart ein Wunder der Herzensfreiheit Jesu. Wenn ich denke, wie ihm zumute ist, das Haupt zermatert von Dornen, der Leib zerrissen von tiefen Wunden, gequält von ätzendem Schweiß, wie er kalt erstickt unter der Last, ringsum nichts als Hass und Ton und vor ihm das schreckliche Ende. Wäre ich in solcher Not und einige kämen daher, machten ein großes Gejammer, beklagten mich mit vielen Worten und Tränen, würde mich dann nicht tobende Ungeduld packen? Jesus Seele aber bleibt frei und gefasst und wenn auch alles an ihm bebt vor Schmerz, er redet ruhig mit den Frauen und übt sein Amt, sie zu lehren und zurechtzuweisen. Für jeden kommen Zeiten da in schwere Leiden drücken und alles an ihm zuckt unter ihrem Zwang. Die Nerven wollen nicht mehr gehorchen und er hat Mühe, sie zu bändigen, dass sie nicht losbrechen. Doppelte Mühe, wenn ihn die Umgebung mit gefühllosem, unvernünftigem Benehmen quält. Wenn es mir einmal so ergeht, dann hilf mir, Herr, ruhig zu bleiben. In der Kraft deiner Geduld will ich mich zusammennehmen, will den anderen gütig begegnen, auch den unvernünftigen, gefühllosen, groben. Ich will meine Arbeit ruhig weiterverrichten, meinen Beruf weiter ausüben, auch wenn mir noch so schlimm zumute ist. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus Psalm 22, Verse 15 bis 17 Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Bald nach dem zweiten Fall bricht Jesus zum dritten Mal zusammen. Was soll einer sagen vor solch mörtervoller Not? Worte wiederholen? Alle Worte sind hier leer. Versuche es nachzufühlen, was er empfindet, wie zum Sterben müd er ist und was das heißt unter solcher Last niederzufallen, unter solcher Umgebung zum dritten Male. Er ist am Ende seiner Kraft. Trotzdem reißt er sich noch einmal empor und trägt das Kreuz bis ans Ziel. Dort aber erwartet ihn nicht Erlösung, sondern der schreckliche Tod. O Jesus, du Starker, du bist in mir und ich in dir. Mit dir muss ich im Leiden ausharren können, auch wenn ich meine, es gehe nicht mehr. Mit dir muss ich die Pflicht erfüllen können, auch wenn sie gar so schwer wird. Hilf du, dass ich in der Bedrängnis nicht verzage, dass ich meiner Pflicht nicht entlaufe. Und falle ich, erlarmt die Kraft, dann hilf du mir wieder aufzustehen. Dreimal bist du niedergesunken, dreimal aufgestanden. Lehre mich begreifen, Herr, dass du nicht verlangst, wir dürften nie schwach werden. Wohl aber, wir sollen immer wieder aufstehen. Lehre mich erkennen, dass all unser Erdenleben ein immer neues Aufstehen, ein immer frisches Anfangen ist. Zehnte Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 19, Verse 23 und 24 Die Soldaten nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Alles haben sie ihm genommen. Seine Freiheit, seine Freunde, seine Wirksamkeit. Jetzt nehmen sie ihm noch die Ehre seines Leibes. Nackt und bloß wird er der Schande preisgegeben. Jeder freche Mensch kann ihn betrachten und verhöhnen. Alle, die ihn einst als großen Propheten verehrt, als Messias gepriesen haben. Freunde, Fremde, alles Volk flieht ihn in seiner Erniedrigung. Stark ist Jesus Seele, tief, unaussprechlich edel und fein, ganz zart und wach sein Ergefühl. Wie in glühenden Flammen schlägt die Schande über ihm zusammen. Aber er steht in Gottes Willen und hart aus. Herr, an diese bittere Stunde gemahne mich, wenn es einmal um meine Ehre geht, wenn jemand meine Absicht verkennt und mir unrechte Beweggründe unterschiebt, wenn man mich verleumdet, meinen guten Namen antastet, wenn selbst die mich verkennen, die mir nahestehen und wissen müssten, wie ich es meine. So unsägliche Schande hast du um mich gelitten. Durch dies Opfer mach mich stark in solcher Stunde. Gott weiß die Wahrheit, darauf will ich mich stellen, will denken, dass meine Ehre in seiner Hut ist und dass er mich rechtfertigen wird zur rechten Zeit. Lass mich nicht ungeduldig werden, lass nicht zu, dass ich Gleiches mit Gleichem vergelte, dass ich schelte, richte, selber den Verdächtige, der meine Ehre angetastet hat. Hilf mir, gerecht und ruhig zu bleiben und auf dich zu vertrauen. Elfte Station Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas Kapitel 23 Verse 33 und 34 Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was da geschieht, ist so schrecklich, dass man fliehen möchte, um es nicht mit ansehen zu müssen. Wie sie ihn annageln, und das Kreuz aufrichten. O mein Herr und Heiland, aber ich habe kein Recht fortzulaufen. Ich muss hier bleiben. Für mich leidet er. Den Weg her hat Jesus doch wenigstens gehen können, sich rühren, sich anstrengen. Nun hört alles auf. Nun kann er nichts mehr tun als still hängen, und aushalten. Die Schmerzen in den durchstoßenden Gliedern, am Haupt und in all den tiefen Wunden werden immer brennender, immer quälender der Dust, immer schwerer die Angst und Beklemmung des Herzens. Und er kann sich nicht helfen, sich nicht rühren, kann nichts tun als aushalten und fühlen, wie es dem Tode zugeht und die Menschen ringsum, der teuflische Hass und Ton bei seinen Feinden, die Rohheit beim Pöbel. O Herr, verzeih mir Sünder, ich bin ja schuld an deiner Not und lass dein Leiden an mir nicht verloren sein, lass seine göttliche Kraft und Geduld in mir lebendig werden. Für jeden kommt einmal die Stunde, da er nichts mehr tun kann, seiner Ehre nicht helfen, seinen Schmerz nicht lindern, seiner Not keinen Ausgang finden kann. Vor allem wird es in der letzten Krankheit so sein, wenn man weiß, es geht dem Ende zu, der Arzt kann nichts mehr ausrichten. Da ist jeder angenagelt und kann sich nicht helfen, kann nur eins, Herz und Willen sammeln in Gott. sich fest, ganz fest am Willen des Vaters halten und still ausharren und es vollkommen ihm überlassen, ob es zu einem guten oder zu einem bitteren Ende geht. Herr, wenn eine solche Stunde kommt, dann bist du bei mir, das weiß ich. Die Kraft deines Kreuzes ist dann in mir und macht mich stark. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas Kapitel 23 Verse 44 bis 46 Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei und Jesus rief laut Vater in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Drei Stunden lang duldet Jesus. Am Kreuz stehen seine Mutter und sein liebster Freund. Sie, da ist dein Sohn, sagt er zu ihr, und das ist deine Mutter zu Johannes. Es ist, als ob er die Liebe dieser beiden Menschen, die ihn umfängt, von sich ablöste. Jesus will allein sein. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Allein will er sie der ewigen Gerechtigkeit gegenüber vertreten. Niemand soll ihm beistehen. Ganz allein macht er die furchtbare Sache mit Gott aus. Was in der Seele Jesu vorgegangen ist in dieser Zeit, weiß kein Mensch. Da ruft er mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand lüftet dieses Geheimnis, wie Gottes Sohn von Gott verlassen sein kann. Nur dies können wir uns sagen. Bisher hat sein Herz die Nähe Gottes als Trost und Halt empfunden. Jetzt verlässt ihn auch das. Ganz bloß und einsam ist er. Von allen verlassen. Allein steht er mit unserer Schuld der göttlichen Gerechtigkeit gegenüber. Niemand wird je ausdenken, was das heißt. Nur eines hält ihn, seine wankellose Treue gegen die Sendung des Vaters, seine unbegreifliche Liebe zu uns. und in dieser Liebe verzehrt er sich, bis alles vollendet ist. Es ist voll Pracht. Ich bete Gottes unendliche Gerechtigkeit an, vor der ich als Sünder stehe, und dich, meinen Erlöser, der du für mich eingestanden bist. Herr, du hast mich erlöst, dafür danke ich dir aus Herzens Grund. Du hast mir auch gezeigt, wie ich mein eigenes Leiden tragen und wie allein ich es überwinden kann. Durch die Liebe Ich kann es nur tragen, wenn ich es aus der Hand des Vaters annehme wie du. Wenn ich auf den Vater vertraue und mich an ihm halte, dann bleibe ich stark, auch wenn mich sonst alles im Stich lässt. Und ich kann es nur überwinden, wenn ich aus ihm einen Segen mache für anderes, so wie du getan. Wenn ich es trage und dem Vater darbringe für meine Lieben, für alle, denen ich helfen will, dann hat es Teil an der Allmacht deines Leidens. Es ruft des Vaters Gnade herab und hilft auch dort, wo sonst nichts mehr helfen kann. Und dann ist auch mir geholfen, denn ich weiß, was ist, sondern bringt Segen für andere. Und stets einmal so mit mir, dass ich der Welt unnitz fühle, dann kann ich in Wahrheit noch das Allerhöchste tun. Mit dir zusammen still und opferfreudig meine Leiden, meine Ohnmacht, ja selbst mein Sterben für die anderen darbringen. Herr, so allein wird vollbracht, was keine Menschenweisheit, keine Macht und kein Gut der Welt vollbringen können, so allein werden Leiden und Tod wahrhaft überwunden. 13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 19 Vers 38 Josef von Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Der hat ausgelitten, nun ist er tot. Das Wunderwerk Gottes, dieses blühende Leben, voll Kraft und allen Reichtums, ganz stark, ganz zart, ist zugrunde gerichtet. Menschlich gesprochen hatte er noch das Leben vor sich. Was hätte Jesus noch geschaffen, gelehrt, gewirkt und geholfen? Welche göttliche Lebensfülle hätte noch aus ihm hervorblühen können, wenn er ein ganzes Menschenleben durchschritten hätte? Nun ist alles zertreten. Aber das ist die Torheit des Kreuzes. Das Samenkorn muss sterben, auf das höchstes Leben aus ihm erstehe und je es in den Grund traten, sind, ohne es zu wollen, zu Seeleuten des Heils geworden. Herr, das ist die Antwort auf die bittere Frage, warum leiden? Warum leiden müssen, wenn alles nach Glück und Schaffen ruft? Warum sterben? Warum weg müssen, wenn das Leben noch nicht gelebt ist? Warum hergeben müssen, was so teuer ist? Da wird alle Menschen Weisheit zu Schaden. Nur im Kreuz ist die Antwort. Das Samenkorn bleibt unfruchtbar, solange es nicht in der Erde stirbt. All unser Leiden, unser Opfern und unser Sterben ist himmlische Saat. Wenn wir mit Gottes Willen Eins sind, dann ersteht daraus Leben um Leben für uns und für die Anderen. So will ich glauben, will vertrauen und mich an Gott halten, auf das auch mein Leben und Leiden und Sterben ewige Frucht trage. 14. Station Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas Kapitel 23 Verse 53 bis 55 Und Josef von Arimathea nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leichentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde. Sie hüllen den Leib des Herrn in linnene Tücher und legen ihn in das Grab des Josef von Arimathea. Dann fügen sie die schwere Platte in die Öffnung und gehen traurig heim. Nun ist alles still. Wir atmen auf, dass die schreckliche Not endlich vorüber ist. Ein tiefer Friede liegt um das einsame Grab. Es ist der Friede der Vollendung. Der drinnen schläft, hat mit göttlicher Treue alles zu Ende gebracht, was der Vater ihm aufgetragen hatte. Nun ruht er von seinem Werk. Und es ist uns, als Wetter leuchte schon die nahende Osterherrlichkeit um den stillen Ort. Den Jüngern freilich ist anders zum Mut. Für sie ist alle Hoffnung dahin. Für sie ist das Leiden und Sterben des Karfreitags das Ende. Aber auch ihnen erscheint er bald, strahlend in Kraft und Licht und sie erkennen, wie der Messias das alles leiden musste, um so in seine Herrlichkeit einzugehen und dass sein Tod der Preis unseres Lebens war. O Herr, das ist die frohe Botschaft, die du allen gebracht hast, dass nach jedem Karfreitag ein Ostern kommt, dass alles Leiden eine Quelle des Segens ist und der Tod selbst der Same neuen Lebens für jeden, der sich an dich hält. Das lehre mich verstehen. Lass die Überzeugung in mir lebendig werden, wenn die trüben Stunden kommen. Dann werde ich erfahren, dass ich so das Leiden nicht nur ertragen, sondern auch überwinden kann. In dir will ich mich ihm gewachsen fühlen, inne werden, wie aus jeder tapfer durchkämpften Leidenstunde die Seele stärker hervorgeht, aus jeder durchschrittenen Finsternis ein Strahl Osterlicht hervorleuchtet. Und dass wer so mit dir lebt und leitet, auch in der Bitterkeit teil hat, an deinem Frieden. Lasset uns beten. Herr, nun entlässt du mich aus dem heiligen Bezirk deines Leidens. Ich gehe wieder in mein tägliches Leben zurück. Du hast mich gelehrt, dass unser Leiden kein finsterer Frunddienst ist, gegen den wir uns vergeblich auflehnen oder darin verzagen und verzweifeln. Es ist bitter, aber es kommt von Gott und ist bestimmt unser Heil zu wirken. Du hast mich gelehrt, wie ich mein Kreuz tragen soll, im Vertrauen auf Gott und in Liebe zu ihm. Du hast mich auch gelehrt, wie ich es überwinden kann, wenn ich es in Liebe darbringe für die anderen. So schreibe mir und lass sie lebendig werden, besonders dann, wenn es Zeit ist in der Stunde der Bedrängnis. Dann will ich an das denken, was du mir heute gesagt hast und auch danach handeln. Amen. Amen.